hallo liebe leute schön dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen folge seven days und ich bin schon direkt weiter gelaufen weil der tag sich ja dem ende neigt und ich glaube dadurch dass ihr die zeit umgestellt hat schaffen wir gar keine quest mehr aber hey lasst uns mal reinschauen ich will direkt weitermachen was haben wir schon eine angenommen dann zeigt mir was du hast ich ich schaue gleich noch mal nicht dass ich schon eine hat oder hat keine lust mehr auf uns vehicle ist doch gut haben wir ein bisschen geld ja die würde ich auch mitnehmen und die sind mir immer zu teuer dann nehme ich dafür die noch mit hast du sonst irgendwas fallen technisches für uns das wird ziemlich cool elektrozaunfuss dartfalle hat er dort falle wäre cool wollen wir uns eine gönnen für 600 haus viel geld aber es würde uns halt schon helfen ja wir sind so verwundbar aktuell habe sie gekauft okay jetzt ist schon passiert es gibt kein zurück mehr okay dann dann ist doch schon mal gut dann ist aber warum hat er uns jetzt habe ich eine quest angenommen stromzufuhr wieder wo war das die nacht quest ich habe schon komplett vergessen wie geil ist das und da ich direkt weiter gemacht habe werde ich eure kommentare mit du hast schon eine quest beim rekt wahrscheinlich überlesen haben habe ich vergessen aber das trifft sich doch super gut dann werde ich zurückgehen ich habe die blase ball dinger hergestellt oder halt durchlaufen lassen da können wir die rausholen können die in unsere schmiede einsetzen das ist schon mal gut und dann habe ich gesehen direkt neben unserer falle hat es nämlich in kohle vorkommen da könnte ich da noch ein bisschen kohle schürfen bis es dann 22 uhr ist es geht und hier schaut mal super geil hier haben wir direkt zwei stück das ist natürlich der hammer und wie gesagt ich lieb es immer einfach wenn ich die neuen vorkommen habe das geht viel einfacher als wenn du dich da rein buddeln muss so die ersten 55 dinge sind halt echt geil dann würde ich sagen wir holen uns einen kaffee raus aus unserer truhe ich glaube ich kann diesen es gibt ja diesen speziellen kaffee der einem noch mal ein bonus gibt glaube ich beim abbauen von ärzen den kann ich aber noch nicht bauen es ist so geil guck mal schnell das geht mein mit einer stahl spitzhacke wäre es natürlich noch besser aber jetzt wollen wir mal nicht übermütig werden oder wenn ihr schon froh seid kommt ich hole einen kaffee jetzt nicht wieder ins loch fahren so ja coole sache okay nachtpest wobei ich jetzt gerade mir überlegt ob ich mich darüber so freue ja aber die dürften wir schaffen ja also die dürften wir schaffen nur stelle ich das bike hin vors haus wieder dann weiß ich wo es ist nicht dass ich jetzt so ein bisschen angst hätte oder so aber ja die kriegen wir hin ich glaube da waren immer keine grünen bisher dabei kann das was jetzt wieder hier hast du was und da und da gras kommt raus der rest kann hier rein unsere zeitungen natürlich wir sind schon bei 35 wir sind bei 21 und wir haben eine dartfalle gekauft cool kommt hier oben rein und natürlich müssen wir dann auch noch schauen was brauchen wir kommen wir holen den blasebalk raus und dann schauen wir was wir brauchen um diesen hammer herzustellen los geht's also zweimal blasebalk würde ich einmal einsetzen wo macht es denn am meisten sinn schmelzgeschwindigkeit okay dann macht es natürlich sinn hier wo ich eisen einschmelz sagt und wie wir schmelzen ja überall was ein aber oder habe ich schon eine geile sache hatte ich vergessen haben wir mal ein bekommen oder gefunden oder soja cool dann haben wir jetzt das ist doch cool wir haben unsere schmieden jetzt in der grundausstattung schon mal eine stufe höher gebracht gute sache und jetzt müsste ich schauen wo gibt es diesen weiß auch gar nicht wie der genaue begriff ist ich vergesse es immer wieder hier den robotik hammer genau den was brauchen wir teile 40 eisen 10 10 ich komme stellen uns den her ich will den 10 ich habe voll bock darauf wedern haben wir mehr als genug lebeband habe ich unser erst hergestellt wobei ihr seht ja da ist auch schon wieder einiges weg weil ich natürlich diese blasebalk dinge aber wir könnten noch mal schaut mal ist jetzt nicht so dass wir nichts noch mal herstellen können 40 eisen ist natürlich eine hausnummer okay dann lasst uns das mal durchlaufen lassen jetzt wir werden es brauchen und die teile und welche die hier oder robotik teile okay aber reicht für einen und mehr brauchen wir sowieso nicht aktuell wir stellen den robotik hammer her ja cool sieben minuten okay dann alles wieder weg packen aber ist gut zu wissen was wir haben und was wir eben noch machen könnten und was nicht für teuer teuer bei parts und deshalb bei autoloot so coole sache ich schmeiß mal die schmiede oben an für das eisen und wie gesagt ich glaube das ist jetzt mehr als nur notwendig geschmiedetes eisen wie viel kannst du und genau hier gleich weiter einschmelzen das dürfte jetzt ein bisschen schneller gehen brennstoffe 31 minuten los geht's ja das passt doch und wir werden es brauchen wie viel kriegen wir da jetzt raus 236 cool aber dadurch dass ich diese spikes machen will und die alle aus eisen werden wir es brauchen auf jeden fall so und jetzt kommen wir schauen noch kurz ob es wieder wasser drin hat er hat es nicht das dauert halt auch ultra lang es wäre tatsächlich auch noch ein ziemlich wichtiges detail dass wir den aufwerten und irgendwo war kohle hier ja das ist kohle und das brauchen wir das ist ja die zweite zutat um schwarzpulver herzustellen war doch so oder schießpulver kohle und nitrat er und wir würden das natürlich exorbitant steigern können wenn ich den die chemiestation aufbauen könnte wo sind wir da 43 von 50 7 und das ist arbeitsstation arbeitsstation ist erstmal kurz schauen war es ingenieur nähe oder oder war das so es gab die arbeitsstation gar nicht ich glaube das ist der ingenieur aber da sind wir schon auf stufe 2 was ich auf jeden fall machen will leute ich will beim prügeln 1 hoch weil wir es brauchen werden stärke level 5 das bedeutet ich muss ein punkt hier vergeben und dann kann ich ein hier vergeben jetzt sind wir schon ziemlich weit was das hier anbelangt das ist cool jetzt haben wir noch ein punkt übrig weiß es nicht wir schießen sehr sehr viel mit dem mit der pistole aktuell es wäre aber auch gut wenn wir die mittlere rüstung noch hoch bringen würden oder 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 wir geben mal einen punkt auf schwere rüstung ok den spare ich mir auf lasst uns erstmal schauen und mit lasst uns schauen meine ich lasst uns mal ausfällig machen welche rüstung für uns gut geeignet wer die uns schützt und eben ein bonus gibt auf ja weiß nicht kampf fertigkeiten oder was auch immer so dass wir dass ich dann ganz gezielt sagen kann es lohnt sich kann ja auch sein es gibt eine verdammt gute mittlere rüstung die uns beim kämpfen auch schon hilft das habe ich den kaffee nicht mitgenommen aber wir müssen sowieso los schaut mal 21 59 wir müssen los so schau mal die lädt auch schneller nach also ich glaube schon dass uns das hilft und ich würde sagen wir müssen ja ein kleines stück fahren was warum was die mögen mich nicht oder warum mögen die mich nicht was haben die gegen mich ihr könnt mich mal hier seid ihr in meinem revier wo sind die zwei jetzt die sind immer noch bei mir im haus ist es nicht gut und eigentlich mein haus ich muss mein haus kaputt machen habt ihr auch das gefühl dass es die nicht wirklich interessiert ich muss sie weg kriegen vom haus okay jetzt kommen sie was passiert hier okay hey leute wir testen die falle oder lasst uns doch mal die falle ein bisschen testen schaut mal wie viele da kommen okay was ich schon seh was ein schwachpunkt sein könnte leute ist tatsächlich der aufgang und zwar aus einem grund ich sag's euch gleich wenn ich mal kurz hier schau mal es kann sein dass ich die leider wieder hier auf den absatz drauf das bedeutet ich muss mir da noch mal gedanken machen ob ich das nicht besser machen kann aber oh Mist wir haben vor allem das ding nicht aufgewertet das ist ja alles noch blaupause sozusagen da müssen wir natürlich extrem vorsichtig sein sonst bauen wir uns das wieder ab aber bis hierhin kann ich schon mal sagen sieht gut aus hey wie viel hältst du aus ja und wenn die uns jetzt was abbauen dann ist es auch relativ schnell wieder zusammengebaut mein Gott hörst du bitte auf schau mal das meine ich wenn ich die jetzt hier knüppel dann kann sein dass die hier drauf liegen bleiben das ist nicht gut so habt ihr euch jetzt alle wieder beruhigt oder ist da immer noch seit wann komm den ja schaut mal der bleibt jetzt auch hier hängen kann aber auch sein dass schon was abgebaut müssen wir uns gleich anschauen ja kommen sie hoch ja komm den Rest machen wir so oder ich geh mal runter ich lass mal kurz den Generator noch oh da ist offen einfach mal offen gelassen ja 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 für wirklich okay nee nicht okay oh wir sind ja jetzt auch besser im knüppeln ja ja man merkt es schon was passiert hier okay ich glaube ich kann wieder ausschalten bist du jetzt hergekommen die mit dem Helm halten ja auch ein bisschen mehr aus klar das sind halt die Jungs vom Bau die sind nicht so jetzt schauen wir mal was die uns kaputt gemacht haben yes mit einem Schlag ich höre nochmal ein glaube ich ey wow was ist los so alles wieder cool jetzt ja okay schaut mal hat relativ gut ausgehalten hier oder ich glaube wir kommen gar nicht bei der Quest an Leute weil ich hier irgendwie beschäftigt bin das ist doch jetzt aber auch merkwürdig oder warum tricken wir jetzt so viele komm wir gehen zur Quest was soll das wow die war doch hier hinten draußen irgendwo oder da wäre ich fast hier hinten in den abgezäunten Bereich gefahren da hinten ist sie ja jetzt ist natürlich schon fast null Uhr weiß nicht ob uns das noch reicht oder wenn es hell wird ist vorbei glaube ich wenn du es bis dahin nicht geschafft hast und wir haben jetzt halt schon wieder auf die Mütze bekommen ich bin aktuell irgendwie nicht mehr so optimistisch was das ganze anbelang haben wir eine Quest beim Post Office okay hätte ich jetzt nicht gedacht komm ich nehme die schnell an okay das war das Geräusch vom Generator los geht's Leute ja sehr wichtige Sachen aber das Geile ist die Zeitungsständer sind wieder voll ich nehme die immer gleich wir haben die Rüstung Qualität 3 das war es allein schon wert oder selbst wenn wir jetzt sterben das kann uns keiner mehr wegnehmen komm wir müssen rein keine Zeit zu verlieren jetzt ganz kurz nachgeladen Pistole ist immer noch eins der besten weil du halt mehrere Schuss rausjagen kannst und oh schaut mal ist das nicht doch ist es habt ihr den Move gesehen wie er sich weiß nicht fünf Sekunden nach dem Schuss hat er sich noch schön einmal um die eigene Achse gedreht geiler geiler Scheiß also man merkt den Punkt den wir jetzt auf Prügelpeter noch gegeben haben deutlich also wie ist denn das jetzt wenn ich jetzt anfange den Generator hochzufahren dann kommen sie oder so war das doch oder oh es sind zwei Generatoren ok got it 0u22 sollten wir aber hinbekommen einer läuft wusste ich gar die Frage ist wie viele es jetzt sind bei sowas bin ich immer dankbar das nutze ich gnadenlos aus nimm mal die Bürostühle weg die stehen im Weg oh nice Rotflintenfertigung vielen Dank jetzt grab die mal bitte und dann würde ich sagen wir müssen wahrscheinlich raus ich mach auf mach auf wir gehen raus wir gehen hoch wo haben die denn ihre Generatoren untergestellt ok aktuell sehe ich noch nichts da liegt auch noch einer ich wollte ihm kurz ein bisschen Damage zufügen wobei der jetzt nicht so wirklich gefährlich war hier könnte es noch rüber gehen keine Ahnung irgendwo unten oder oh muss ich hier rüber ist es noch in dem Gebäude ziemlich sicher oder das Spiel will dass wir rüber gehen und ich weiß dass dort ein Hund lauert wollen wir den mal risikomäßig mit dem Knüppel machen irgendwo liegt so mein Freund ich tue es nicht gern und wir sollten uns beeilen und vielleicht nachher looten bin ja auch irgendwie ein Fan von wo ist denn der ist der oben oder unten der Generator meine ich hier wir versuchen es keine Chance wann bist du so schnell oh das war falsch aber hat trotzdem gewirkt oh vielen Dank die da hinten ist auch ein bisschen aggro ich lasse sie kommen lasse sie kommen das hört sich nicht gut an ich schieße ein bisschen bei allem der Dicke wird ja einiges einstecken oh du hast dich befreit da hinten machen wir mal nicht so viel Aua das wäre cool kurz verbinden wollen wir den mit der Schrotflinte machen das ist cool komm wir hauen ein paar Schrotflinten Munitionsdinger raus weil es ja auch Spaß macht oh nichts nochmal okay da ist noch jemand drin könnte gefährlich sein hier nicht dann schieße ich da auch mal noch ja wobei die sind normale komm da lasst uns mal nicht übertreiben ich helfe euch komm ich von außen ihr von innen weil ich erwisch sie auch nicht richtig wenn sie da drin sind ja du kriegst es hin du schaffst es oh jetzt habe ich keine Ausdauung mehr wahrscheinlich ja oh Mist sehr gut also versuchen wir es nochmal klar dass der sich jetzt durchgekämpft hat inzwischen okay nochmal ein Versuch 1.40 Uhr ja wir haben noch genügend Zeit keine Panik wir kriegen es hin wie gesagt ich glaube 4O ist dann Schicht im Schacht oder okay wir haben es so das bedeutet wir können jetzt noch gemütlich uns umschauen und looten das ist gut nochmal Rüstung wow sehr gut jetzt können wir uns ganz in Ruhe umschauen den Loot genießen so was gibt es hier vielleicht noch ein Wasser vielen Dank jo Leute und den Endloot müssen wir natürlich auch noch irgendwo finden ist hier noch was oh ja oh ja wow Sichtvergrößerung für Gewehr und besseres Zielen sehr sehr cool hier gibt es noch was nichts wirklich wichtiges angeknabberte Sandwich so Türe ist auf ähm ist hier sonst noch was ich glaube nicht da oben ist noch eine Tasche yes drei Blueberries wow bin begeistert ist hier noch was drin kann das sein ne oder doch natürlich sehr gut Arbeitsstation vielen Dank ähm aber das war doch noch nicht der Endloot oder da müssen wir aufs Dach da war doch eine Leiter das ist ein sehr cooles Klo he he ah Papier drin gewesen sonst haben wir glaube ich hier alles oder ja nicht runterfallen hallo achso er kommt nicht hoch wegen dem Ding na hauen wir das doch kurz weg ähm kurz ist gut warum hat das jetzt so viel ich glaube es gäbe bestimmt noch einen anderen Weg hoch oder noch drei Schläge eins zwei drei aber jetzt komme ich ja auch nicht hoch oder doch da liegt auf jeden Fall noch was eine Tasche was haben die denn mit ihren Blaubeeren ein Nest ich meine da oben ist noch eine Kiste oh ah da ist noch eine Kiste wisst ihr was dann mache ich es mir einfach zack zack und hoch ja da ist der Endloot schon gedacht das kann doch nicht alles gewesen sein also was haben wir hier Electronics das ist cool zweimal Handwerk elektronisch und einmal Fallen und Fallen Material war das glaube ich mach die mal weg bitte steht im Weg vielen Dank so dann haben wir hier noch Savage Country was gibt es hier drinnen eine Armbrust jo nett nicht unsers Rüstungen wir kriegen gar sehr viel für Rüstung oder ah das ist cool die können wir gleich verbauen das können wir uns gönnen primitiver Bogenstufe 5 weiß nicht okay also fand ich jetzt eine ziemlich coole Runde hier machbar auch ein bisschen herausfordernd eigentlich ziemlich cool so muss das sein wo ist unser Bike achso wir sind ja in einem anderen Gebäude jetzt ist hier noch was anderes jetzt nachgespawnt nachdem ich jetzt hier quasi die Quest angenommen habe hier drin vielleicht oder so du bist nachgespawnt okay draußen habe ich auch noch was gehört sorry ich musste nochmal auf die der lebt immer noch jetzt so das lohnt sich doch auch da nochmal kurz rein zu gucken okay lohnt sich nicht dann lohnt sich achso nicht den Pappkarton abbauen bevor ich ihn gelootet habe und hier ein Bein okay ja dann würde ich sagen Quest erfolgreich erledigt wir gehen wieder zurück was ist hier los die sind ziemlich schnell immer oder da hinten sind auch zwei die irgendwas vorhaben oder die haben irgendwas vor und die hat auch was es ist ziemlich viel los gerade findet ihr nicht auch komm wir gehen direkt zum Händler oder direkt zum Rack zum Abgeben also ich hatte schon das Gefühl dass weniger los war oder wie soll ich es beschreiben also ich finde schon dass jetzt vor allem jetzt diese Nacht ziemlich Action war also jetzt auch gerade so dass man gesehen hat drüben rennen noch welche rum und so oh wir haben Briefkasten vergessen strange ähm kommen wir auch schon komisch vor also auch dass wir jetzt an unserer Basis aus dem Nichts diese zwei Kreischerinnen hatten sehr sehr merkwürdig und irgendwie fährt das Ding langsam fahr schneller ja Benzin das bedeutet ich müsste hier mal so ein paar Teile abbauen noch komm ich ich park mal da vorne ein paar Minuten haben wir ja noch ähm die muss auch schon wieder repariert werden die hier auch die hier komm ich reparier gleich einmal durch zack so dann kann ich ja vielleicht noch einen abbauen oder so den hier zum Beispiel einfach um wieder ein bisschen an der ist wieder den haben wir doch bestimmt schon gelootet oder ja gut war jetzt nicht wirklich viel drin und dann auch schauen die ist ja Stufe 1 vielleicht können wir uns da mal eine bessere bauen weiß gar nicht bei Werkzeugen sind wir noch nicht wirklich weit gekommen also das ist da wäre es vielleicht auch mal wert einen Punkt drauf zu verteilen das ist sehr sehr mühselig wie viel Uhr haben wir es 57 okay ja das braucht zu lange aber den machen wir noch und weg ist er und wir sind natürlich überladen jetzt ja klar weil du dir halt wieder alles mögliche hier holst aber ist okay so er hat auf das bedeutet ich lege die Ranch wieder weg das geht's Schraubenschlüssel ja ähm den Rest kommt das grabben wir das grabben wir und dann hatte ich gesagt was wir machen können ähm mal kurz geschaut da habe ich die Abwehrmod drin macht der auch Sinn da habe ich die das macht die Beweglichkeit aber es würde mir glaube ich mehr bringen wenn ich da das hier rein mache weil ich hier habe ich schon was drin auch die Fitting okay jo dann ist es so einen Platz haben wir dazu bekommen das ist gut und jetzt holen wir uns ja wir haben noch Plätze frei wir holen uns unsere Belohnung ab und ich würde auch gleich eine 2D Quest annehmen weil wir es brauchen können ob ich die dann jetzt gleich mache weiß ich nur nicht aber dann haben wir sie schon mal ja dann ist es einfach 762 her damit hast du sonst noch Aufgaben ähm Zombies beseitigen oder abholen und alle relativ in der Nähe schaut mal hier direkt eine Residence ich nehme die an ist das ok ja das ist ok die ist gleich hier um die Ecke ähm aber die Zeit ist ja auch wieder so ein bisschen Thema so ich würde nämlich fast sagen ich will nach Hause Quest mache ich beim nächsten Mal äh noch kurz ausladen und nochmal kurz so ein bisschen Bestandsaufnahme machen ähm ich habe ja nicht viel Kohle gesammelt das bedeutet das würde ich aber über Nacht machen wollen aber wir haben schon Tag 13 bedeutet das dass jetzt nur noch eine Nacht ist bis Tag 14 und an Tag 14 dann schon die Blutmondnacht ist also die Nacht danach wow oh mein Gott die Zeit fliegt aber hey wir haben den Robotikammer komm lass uns den mal noch holen lass uns den mal noch holen ich packe mal hier zack den will ich jetzt holen der hatte ja so lange gebraucht kurz ein bisschen ausladen ich habe ja wieder so viel Zeug dabei zack aber hier rüber ähm das hier würde ich jetzt hier rüber werfen dann jetzt habe ich die Munition wieder rüber geschoben naja da muss ich mal aufpassen ähm Bogenarmbrustteile haben wir die hatte ich wohl noch nicht und wir haben diese zwei Sachen wobei das natürlich wirklich finde ich nur fürs Gewehr Sinn macht oder lass mal kurz schauen so viel Zeit muss sein ist natürlich auch nicht wirklich gut ich glaube das ist nicht so wichtig geht es wirklich nur fürs Gewehr wow aber dann ist es natürlich besser dort ähm das hier einzubauen oder um das einfach ein bisschen stabiler zu halten verändern hier ich glaube das macht mehr Sinn okay und dann kommt das einfach wieder rein ich habe die jetzt auch hier rüber weil ich die gerade nicht verwenden kann einfach ist zu viel ähm Munition verschwendet worden hier machst du das mal rüber und den Rest einfach hier rein hopfen ist auch wichtig so jetzt sieht es doch wieder gut aus so jetzt holen wir den Robotikammer los geht's da ist er Stufe 1 aber besser als nichts und wir können den ja noch modifizieren wenn wir da noch einen brennenden diese brennende Schaftmod einbauen könnten wäre das richtig richtig cool ähm kurz nochmal hier geschaut hatte ich jetzt gar keine Zeit über Nacht ist da irgendwas weggebaut worden ne nicht wirklich okay also dann sage ich euch jetzt noch wo der eingebaut wird und zwar ähm ich werde vermutlich hier stehen und das bedeutet ich möchte dass der Robotikammer äh von hier quasi arbeitet und ich möchte den wieder eins höher setzen das bedeutet fürs nächste Mal ich werde die Klappe abbauen oder die was macht mehr Sinn weiß ich nicht ist eigentlich beides gleichwertig und ich muss eine Konstruktion bauen um die Klappe so hinzumachen dass die von außen ist weil dieser Rahmen hier verhindert dass ich hier äh ein Klotz hinbauen kann das bedeutet es geht nächstes Mal würde ich direkt hier weitermachen wollen und es so umbauen dass der Robotikammer hier auf einer leicht erhöhten Position steht und dann kann er hier so richtig schön die weg klatschen ohne äh irgendwas zu beschädigen und Aufwertung ist ganz wichtig das bedeutet nächstes Mal kümmern wir uns um die Falle dass die aufgewertet wird ich glaube ich würde es mal so lassen als Versuch ähm und dann Spikes bauen Kohle abbauen Munition herstellen und ich habe mir das alles aufgeschrieben ähm noch eine neue Rüstung bauen also hey es gibt viel zu tun Leute schön dass ihr dabei wart lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal Ciao